Hi! Schön, dass du mal reinschaust. Du willst also wissen, wie es hier bei uns auf der KPR ausschaut? Kein Problem. Wir nehmen dich gerne mit auf einen kleinen Rundgang. Von wegen Rundgang. Ich bin mit mir kein Stück. Ist doch alles auf Video. Dann halt ein virtueller Rundgang. Ist doch fast dasselbe. Also, los geht's! Hier siehst du das Foyer. Foyer? Na, die Eingangshalle. Von dem großen, coolen Gebäude. Zack! Und da springen wir auch gleich in den ersten Stock. Und befinden uns nun direkt auf unserer Abteilung der KPR. Was auch sonst? Hier ist unser Flur. Von dem aus gehen alle Räume ab. Zum Beispiel der Toberaum, die Küche, das Esszimmer. Boah, wirklich mega spannend. Geht das nicht, aber ein bisschen schneller? Kein Problem. Hui! Da hinten rechts ist das Büro vom Chef. Und hier entlang sind die Badezimmer und Toiletten. So, noch einmal abbiegen und schwuppdiwupp sind wir wieder raus aus der Abteilung. Und jetzt schauen wir uns ein paar Räume noch einmal genauer an. Muss das sein? Na, Sischi! Und los geht's mit den Schlafzimmern. Es gibt sowohl Einzel- als auch Doppelzimmer. Die kann man sich ganz gemütlich einrichten. Kann man aber auch sein lassen? Der Gong! Wenn der tönt, gibt's was zu futtern. Dies ist übrigens der Essraum. Und da hinten ist das Sofa, wo wir abends chillen und Filme glotzen. Oder weezocken. Einfach. Der Fernseher könnte ein bisschen größer sein. Dann werfen wir noch einen Blick in unser Spielzimmer. Wir haben ganz viele Spiele. Und Puzzle und Lego und sogar ein Kicker. Wo du immer gnadenlos verlierst. Der beste Ort auf der Abteilung. Unser Toberaum. Mit ganz vielen Matten, Boxsack, Bällen und Zeugs zum... Auf dich draufwerfen? Haha. Huch! Geht schon weiter. Jetzt sind wir in der hauseigenen Klinikschule. Eine Etage tiefer. Ach nö. Willst du mich quälen? Du stellst dich vielleicht an. Entspannterer Unterricht als hier gibt's ja wohl nicht. Oder? Doch. Entspannter wäre es, gar kein Unterricht zu haben. Na hier gibt's jedenfalls reichlich Platz für jeden. Und die Lehrer nehmen sich auch ganz viel Zeit, um dich bestmöglich zu unterstützen. Du bist so eine Schleimerin. Wirk. Pff. Na jedenfalls gibt's hier auch noch Anräume. Zum Beispiel für Musik oder Werken. Und ganz zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick in einen der Therapieräume. War's das jetzt endlich? Sind wir fertig? Ja, das war's fürs Erste. Natürlich gibt es hier noch viel mehr zu entdecken. Aber jetzt kannst du dir schon mal so ungefähr vorstellen, was sich hier bei uns erwartet. Der pure Luxus. Vielen Dank. Du warst ja eine Riesenhilfe. Gern geschehen. Ich muss jetzt los. Job. Also dann vielleicht bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.